Freunde, kommst du, hm, kommst du wie du meine Freunde, Sierra Kid macht Liebes, äh, Liebeserklärung an sein Signing, äh, Marimo, ja, verdammt nochmal, Sierra Kid, verdammt nochmal, das ist doch du, nein, Signing, übertrag doch die Lage nicht, man kann's gern haben, aber ihr macht doch auch Business, musst lieber und Business trennen, sowas kann schnell in die Hose gehen, wie wenn du auf Toilette musst, meine Freunde, ihr wisst doch, was ich meine, das, das beißt sich gegenseitig, stell dir mal vor, irgendwann habt ihr Streit und dann geht euer Business kaputt, also mischt das doch nicht zusammen, ihr könnt ja, äh, schön Business Kohle machen, aber macht privat irgendwie gegenseitig andere Sachen, nicht, nicht zusammen, sowas endet schlecht, meine Freunde, nur als Tipps, Sierra Kid, du warst doch damals obdachlos, überleg doch mal, wenn dir wieder so ein Schicksalsschlag passiert, das wäre doch nicht gut, man, also versuch immer straight den Weg zu gehen, Business und Beziehungen mal trennen, das ist eine ganz klare Sache, okay, meine Freunde, es ist fast wie ein Flügel, boah, aber den gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.